Wir starten heute mit einem neuen Feature, was kaufen die Milliardäre und Hedgefonds Manager eigentlich so im Moment bzw. wie haben sie sich während der Corona Krise verhalten und den Anfang macht mit George Soros eine absolute Investment Legende. Gleich geht's los. Seid gegrüßt liebe Borsianer und willkommen auf meinem Aktienkanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben heute ein neues spannendes Feature, wie ich finde und zwar schauen wir uns an, was George Soros eigentlich so während der Corona Krise getrieben hat, was Warren Buffett gemacht hat. Das haben wir ja hinländlich besprochen inzwischen, nämlich nicht allzu viel bzw. vor allem verkauft. Über George Soros wurde relativ wenig gesprochen im Moment, obwohl er durchaus spannende Aktien gekauft hat zuletzt und deswegen habe ich mir George Soros heute mal rausgegriffen und schaue mir das genauer an, was er eigentlich da in sein Depot aufgenommen hat. Soros gilt ja zu Recht als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten in den USA. Inzwischen 89 Jahre alt, Nettovermögen bei 8,3 Milliarden Dollar, damit die Nummer 56 unter den reichsten Personen der USA und berühmt wurde er in Deutschland, wisst ihr wahrscheinlich, oder viele von euch wissen das vorher noch durch die Wette gegen die englische Notenbank 1992. Damals hat er im großen Stil das britische Pfund geschortet und im Gegenzug die deutsche D-Mark gekauft und hat dadurch so viel Druck auf das Pfund ausgeübt, dass Großbritannien damals aus dem Wechselkursmechanismus der europäischen Länder aussteigen musste, das Pfund rausnehmen musste. Und mit dieser Spekulation hat Soros damals auf einen Schlag 1,8 Milliarden Dollar verdient und wird quasi über Nacht berühmt. Aber es ist nicht so, dass er grundsätzlich nur so ein extremer Spekulant wäre, er hat sein Vermögen schon sehr breit angelegt inzwischen, auch ein bisschen vielleicht der Vorsicht im Alter geschuldet, auch viel in Schuldverschreibungen, Anleihen usw., auch in Gold war teilweise stark investiert. Was Soros aber auch für mich persönlich interessant macht, das ist seine Theorie, seine Reflexivitätstheorie für den Aktienmarkt und nämlich das hat er davon ausgeht, dass es eine Art Feedbackschleife gibt zwischen dem Aktienkurs und den Fundamentaldaten der Firma und dass daraus eine Art Boom oder Crash bei der betreffenden Aktie resultieren kann. Also es geht hier um dieses Herdenverhalten bei den Anlegern, das regelmäßig dazu führt, dass Aktien mit einer guten Story in unvorstellbare Höhen getrieben werden und umgekehrt auch Aktien extrem weit fallen können, also weit über das hinaus, was fundamental eigentlich berechtigt wäre und das ist ja auch ein Phänomen, dass sich Trendfolger wie ich und vielleicht auch ihr ja seid, am Aktienmarkt so nicht zunutze machen, denn wir versuchen ja auch solche Aktien zu finden, wo es zu einer Trendbeschleunigung kommen kann, nachdem sie aus einer Konsolidierung auf neue Hochs ausgebrochen sind. Deswegen interessant für mich, was kauft Soros eigentlich? Und genau, vielleicht kurz vorab, es gibt ja dieses 13F-Formular, das müssen Fonds, Hedgefonds veröffentlichen, wenn sie über 100 Millionen US-Dollar Assets an der Management haben und das macht natürlich auch Soros, wobei man sagen muss, dass er in diesem Formular nur 15% seiner Position insgesamt offenlegt. Und ja, wie hat er sich während der Krise verhalten im ersten Quartal und das Spannende ist zunächst mal, dass er von 173 auf 118 Positionen reduziert hat und der Portfolio-Wert von 3,1 Milliarden auf 1,98 Milliarden Dollar zurückgegangen ist. Das heißt, auch der Star-Investor hat hier kräftig federn lassen müssen während dem Corona-Crash und vor allem hat er stark verkauft auch. Die mit Abstand größte Position ist Liberty Broadband, die hat fast 30% Depotgewichtung zum Stichtag, aber die hält er schon seit 2016. Das ist so ein bisschen komplex. Also die wichtigste Beteiligung von Liberty wiederum ist Charter Communications und die haben ein eigenes Mobilfunknetz in den USA. Da ist dieser John Malone, der Telekom-Magnat, auch hat da auch seine Finger mit im Spiel. Er macht immer so steuereffiziente, ziemlich komplexe Transaktionen. Also man kann sagen, Liberty ein solides Langfristinvestment, aber spielt jetzt momentan nicht die große Rolle bei, also was die Transaktionen betrifft. Er hat Soros eher reduziert gehabt im vierten Quartal 2019 schon. Zweiter Wert, Vici Properties, heißen die mit 4,2% schon deutlich geringer gewichtet. Dann gibt es noch D.R. Horton, ein Hausbauer, der vorne mit dabei ist Peloton Interactive, komme ich gleich dazu, und Activision Blizzard, das sind die Top 5 im Portfolio. Und was uns aber heute vor allem interessiert, wie gesagt, ist, was hat Soros eigentlich zuletzt gekauft und vor allem wie viel davon. Da muss man sagen, er hat eigentlich nicht allzu viel eingekauft vorab mal. Also auch hier eine Parallele zu Warren Buffett. Und von den sechs Werten, wo er überhaupt nur neu aufgenommen hat, beziehungsweise aufgestockt hat, waren drei davon sehr, sehr konservative Investments. Das ist ein ETF auf den Energieversorger, ein ETF auf Kommunalanleihen und ein ETF auf Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Und im Gegenzug dazu hat er ja 55 Werte insgesamt im ersten Partei komplett verkauft. Wirklich interessant sind aber die drei Aktienpositionen, wo er gekauft, beziehungsweise aufgestockt hat. Zum einen E-Trade, der Online-Broker kennt ihr wahrscheinlich. Da dürfte die Idee gewesen sein, dass Broker von der erhöhten Schwankungsbreite an den Märkten ja profitieren während der Corona-Krise, weil Anleger einfach mehr Transaktionen durchführen. Und zudem hat E-Trade bereits zuvor ein Übernahmeangebot von Ameritrade erhalten gehabt, war also in gewisser Weise nach unten, teilweise auch abgesichert dadurch. Und dieses Chance-Risiko-Verhältnis hat es da wohl gefallen. Und deutlich aufgestockt hat er, wie gesagt, auch bei Activision Blizzard, ein Computerspielehersteller, und diese Spezies von Aktien, die gelten ja auch als Gewinner der Corona-Krise, weil die Kids eben, und nicht nur die Kids, jetzt noch mehr Zeit haben, daheim vor dem PC oder vor der Konsole zu zocken. Und diese Spekulation ging bisher gut auf. Activision Blizzard hat neue Hurs gemacht inzwischen. Und ich hatte übrigens beim Breakout Radio eine ganz ähnliche Idee mit Electronic Arts, der direkte Konkurrent zu Activision Blizzard. Die habe ich beim Breakout Radio ins Depot aufgenommen vor einigen Wochen. Am interessantesten ist aber wohl der Zukauf von Peloton Interactive. Da hat der Saurus bis zum letzten Quartal, also bis zu Q4 2019, nur eine sehr kleine Position und hat die eben so massiv aufgestockt jetzt im ersten Quartal, dass sie inzwischen die viertgrößte im ganzen Portfolio ist. Und Peloton, oder Peloton, sagt man auch, ist ein Anbieter von stationären Fitnessbikes mit Bildschirm und eingebautem Videokurs-Abo. Das heißt, zusätzlich zu den Fahrrädern, indem wir ihn fast 2.300 Euro kosten, verkauft das Unternehmen auch Mitgliedschaft. 39 Euro im Monat kostet der Zugang, dann erhält man Videokurse, die auf dem eingebauten Screen dann mit ablaufen. Lukratives Geschäftsmodell und Online-Workouts boomen ja in Corona-Zeiten. Wie gut die Peloton-Aktie tatsächlich ist und ob die Aktie nach dem starken Anstieg jetzt immer noch kaufenswert ist, das erfahrt ihr am Samstag im Aktienreport. Und dazu gibt es ja auch, wie versprochen, die Analyse zu Wirecard-Konkurrent Adyen. Das Lesen lohnt sich also in dieser Woche besonders. Klickt einfach unten auf den www.aktien-report.de-Link und ihr seid kostenlos mit dabei am Samstag. Aber jetzt hier im Video habe ich noch einen ganz, ganz aktuellen Kauf für euch, den Soros nämlich nach dem ersten Quartal getätigt hat, also der in diesem 13F noch gar nicht vorkommt. Und zwar hat er ein Unternehmen namens DraftKings investiert, US-Kotsel-DKNG. Und so etwas hat er immerhin in der Woche vom 4. bis 8. Mai insgesamt 2,7 Millionen Aktien gekauft. Ich habe es euch hier im Chart eingezeichnet. Also an den Tagen, wo er gekauft haben könnte, wahrscheinlich am 6. und 7. Mai, wo das Handelsvolumen recht hoch war. Und die Investition durfte damit im Bereich von 60 Millionen Dollar gelegen haben. Das heißt, die Aktie gehört damit quasi aus dem Stand zu den Top 10 im Soros-Depot. Was hat es damit auf sich? Warum hat Soros hier so stark investiert? DraftKings war ursprünglich auf den Bereich Daily Fantasy Sports fokussiert. Falls ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt, ist es ein bisschen wie das Kicker-Manager-Spiel für die Bundesliga. Das heißt, die Gamer treten da gegeneinander an, indem sie ein Team von Profisportlern aus einer bestimmten Liga und einen bestimmten Wettkampf aufbauen und dabei halt unter einer gewissen Gehaltsobergrenze bleiben müssen. Und das Team, das dann pro Spieltag die meisten Scorer-Punkte einfährt, der Player gewinnt dann. Der Mitspieler gewinnt dann. Und DraftKings hat hier einen Marktanteil von 60%. Größter Konkurrent übrigens Fan-Duel. Und Draft bedeutet ja auf Englisch jemanden unter Vertrag, neben daher der Name. Und man kassiert halt bei allen Wettbewerben so rund 10% der eingesetzten Summen. Aber die eigentlich spannende Geschichte noch dahinter ist die Legalisierung der Sportwetten in den USA, die DraftKings jetzt die Möglichkeit bietet, die relativ breite Userbase, die man bereits hat, auf diesen Bereich der regulären Sportwetten auszuweiten. Und genau das hat DraftKings jetzt vor und hat sich dafür auch noch mit SB Tech Limited, einem europäischen Technologieanbieter, unter den Nagel gerissen. Also der auch für viele europäische Sportwettenanbieter die Backbone-Software liefert. Das heißt, quasi die Technologie, die dafür sorgt, dass die Wetten reibungslos abgewickelt werden können. Das heißt, DraftKings ist hier mit einem Schlag ein großer Player geworden am Markt. Und Soros sieht hier wohl das große Potenzial im kombinierten Unternehmen, das übrigens ähnlich wie Nikola Motors und Virgin Galactic in leere Hülle einer Vorratsgesellschaft geschlüpft ist und so quasi durch die Hintertür an die Bauer gekommen ist. Das scheint sehr in Mode zu sein im Moment. Und das Ganze ist eben auch deshalb interessant, weil sich Soros im Glücksspielbereich sehr gut auskennt. Die Vichy Properties, also diese zweitgrößte Position in seinem Portfolio, denen gehören die Grundstücke, auf denen die Casinos, Hotels und Golfclubs von Seas House Entertainment stehen. Seas House ist einer der größten Glücksspielanbieter, der größten Casino-Betreiber in Las Vegas. Das kennt vielleicht das Seas House Palace im Portfolio. Über 300 Restaurants, 200 Nachtclubs, Konferenz- und Meetingräume, Shoppingräumlichkeiten. Und das sind mehr als fünf verschiedene Länder. Und die haben jetzt noch fusioniert auch mit El Dorado. Also wirklich ein riesiger Player. Heißt, Soros kennt sich sehr, sehr gut aus in der Branche. Die Frage natürlich, ist DraftKings jetzt noch kaufenswert? Prinzipiell ja, finde ich, weil diese ganzen Bundesstaaten, die werden sich jetzt erst nach und nach für die Sportwetten öffnen. Und nach und nach kann dann DraftKings dieses Potenzial ausnutzen, das vorhanden ist. Allerdings sieht Goldman Sachs zum Beispiel die Aktie jetzt mit einem Kursstil bei 32 Dollar ungefähr fair bewertet an. Der Analyst sieht ja schon auch Chancen durch die Social Distancing-Regelungen und Potenzial im Bereich iGaming auch. Er denkt aber, dass die Bewertung der Aktie schon dieses mögliche User-Wachstum großteils enthält bei der aktuellen Bewertung. Und DraftKings will auch erst so bis in sieben Jahren quasi den Höhepunkt erreicht haben, der Ausbreitung und auch der Umsätze. Und zudem kommt hinzu, dass ja das Sportwettengeschäft natürlich im Moment eigentlich stahlkleidet, weil die meisten Ligen ja noch im Lockdown sind. Die Bundesliga in Deutschland ist ja eine große Ausnahme. Also meiner Ansicht nach sollten wir hier einen Bereich, einen Rücksetzer in den Bereich von 24 bis 25 Dollar abwarten für den Einstieg. Die Story an sich finde ich aber sehr interessant. Tja, was nehmen wir da nun mit? Unterm Strich von Soros und seinen Depotveränderungen zunächst mal, dass auch der Altmeister im ersten Quartal kräftig Federn lassen müssen hat durch die Corona-Krise. Und vor allem auch, dass er unter dem Strich weiter sehr vorsichtig geblieben ist. Also er hat kaum was gekauft, nur sehr, sehr wenige Wertpapiere insgesamt. Und die dann auch noch zur Hälfte in sehr konservative, festverzinsliche Papiere investiert, beziehungsweise diesen Energieversorger-ETF. Und dass die drei spekulativeren Käufe, die er getätigt hat, beziehungsweise die Aufsteckungen, eben nur Aktien von Unternehmen waren, die direkt als Corona-Gewinner gelten. Und da hat er, muss man sagen, mit diesen drei hat er ein relativ gutes Händchen bewiesen. Die sind dann wirklich tatsächlich stark gestiegen. Aber unterm Strich muss man halt schon feststellen, dass Soros wie viele andere Star-Investoren offenbar vom Crash und auch vom Rebound danach, von dem extremen Rebound danach, doch auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Und so richtig gut gemeistert hat die Krise eigentlich unter den Bekannten. Nur Bill Eggman, der ja ein sehr starkes Timing gehabt hat. Oder natürlich die andere Variante ist, dass es vielleicht doch nochmal zum zweiten starken Rücksitz am Gesamtmarkt kommen wird, auf den viele Profis wohl gewartet haben, beziehungsweise noch immer warten. Wie hoch das Risiko dafür ist, dass es wirklich nochmal crasht, das schaue ich mir am Sonntag im nächsten Video ein. Zuvor kommt aber am Samstag, wie gesagt, noch der neue Aktienreport mit Peloton und Adion. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Soviel für heute, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Ich bin Armin Prag, danke fürs Zuschauen. Ciao.